Ich mache ein Matchbox zu Nummer AMG, Kudamm zu Carrera-Bahn Des Weiteren will ich euch noch was ganz wichtiges sagen Und zwar habe ich einige Szenen rausgeschnitten, wo jetzt nicht allzu viel Action jetzt war und so Also bis wir halt Gegner gefunden haben, hat es ein bisschen gedauert, deswegen habe ich die auch rausgeschnitten Des Weiteren ist die Detail ein bisschen zu groß gewesen, wegen dem Speichern und alles und dem Uploaden Deswegen habe ich jetzt auch noch ein paar Minütchen entfernt Aber es ist eigentlich nicht so dramatisch, denke ich mal, weil die coolen Clips sind alle dabei Auf jeden Fall will ich euch jetzt nicht zu viel spoilern und sage einfach mal Entspanntes Gameplay wünsche ich euch und haut rein Ich hoffe, hier ist nur ein oder zwei Oh, ich hab's. Hey, ich hab's. Killing links. Komm, du hast es schnell zu Tomatestown. Tomatestown sind auch welche. Dann gehe ich alleine weg. Tomatestown waren vielleicht zwei Teams oder so. Deswegen müssen wir schon loslaufen. Vor mir ist jemand. Der hat einen Jetpack. Jetzt haben wir getroffen. Oh, ich habe keine Muni für die Farmers. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja, der ist gestorben. Aber die von Tomatestown kommen wir gleich safe. Ich habe ihn nicht gleich. Ne. Okay, die von Tomatestown sind glaube ich nicht im Haus sein. Ich habe ihn nicht im Haus sein. Ich habe ihn nicht im Haus sein. Ich habe ihn nicht im Haus. Ich habe ihn nicht im Haus. Ich habe ihn nicht im Haus. Da ist es oben Da ist es Oh mein Gott ein kleiner kleiner Ich bin schön Keiner Hier Hat einer AR Muni 136 Schuss habe ich Ich habe auch den Dress Es ist Das ist ein blauer Erbe Ich werde auch schnell zu tun Ich habe insgesamt 140 Materialien Ich habe ihn ins ganze Jahrhundert Der links Süden Süden ist einer Ich habe ihn Da hinten Keine Ahnung Ich bin so auf ihn drauf Und er verreckt mich Aber er ist nicht sofort gestorben Aber er hat Materialien Ja 30 Steine 6 Holz Oh Achso ja ist sie Oh 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 3x 22er Hits Bei dem einen Jetzt sollten wir Richtung Zone Ja die Zone Verbraucht noch Oh fuck Ach du Scheiße Ich habe ihn Ich werde mich Entdecke Oh Oh Ja, wenn man ziehen kann. Ja das stimmt, das dauert wirklich lange Das vierte Team hat zwei Skins und zwei Da wollte ich gerade einer hoch Er geht nach oben Er hat weißes Leben Jetzt haben wir wieder drauf Da haben wir wo die Zone kommt Die Zone, die Zone Oh der hat mich gesehen Da ist es Da ist es Der kommt kurz Wir sind vorne gegen die Gegner Hey Passt, passt, passt Um ein Gas zu heilen Die Zone Ich hätte noch 5 Minis Die Fahrer Muni habt ihr Ich auch Ja hier drin ist jemand Okay, der ist down Ich kann mir nicht stacken oder so Ja ich, ich glaube sein Team ist noch irgendwo Der ist nicht sofort gestorben Aber wir müssen dann wieder zur Zone Er bei Westen Da ist es Habt ihr jetzt Paket Muni Da ist es Da ist es Da ist es Da ist es Jumpet Wir können gleich benutzen Na moin Na moin Ja ich bräuchte Rost zu bauen Ich hab echt wenig Paket Muni Wie schaut es aus? Ha, da kämpft wieder welche? In der Zone gekämpft Keine Ahnung Besten Jumpet einsetzt oder nicht? Ja Können wir machen oder? Oder? Machen wir die Leute vor uns zurück Jetzt kommt die Zone Also Ja Die warten jetzt auf mich jetzt Der linke da macht was fraxen Ja 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 Die hauen ab Die hauen mit dem Jumpet ab Alle, alle drei Aber lass es Lass es Lass du Dings gehen Wir gehen auf den Gag hoch Die holen sich den Heike hoch Die müssen sein alle noch Kann sein Die sind da Die gehen da auf den Berg Ah hier ist ne Kriste Ja Die sind vor mir Hinter uns Ab bei ihnen Ab bei ihnen Ich weiß nicht ob ich den Loot hole Ich hole den Loot Ich hole den Loot Oh mein Gott Oh mein Gott Ich will Ich bin Oh die Zone hat mich geholzt Die Zone hat mich geholzt Hier ist noch einer Hier ist noch einer Hier ist noch einer Hier ist noch einer Nochmal Bau schnell zu, bau schnell zu, heil mich Habt ihr was zum heilen oder so? Ich hab auch noch Minis Ein Mini brauch ich noch Ich hab noch Lagerfeuer, Lagerfeuer Ja gut, ein Mini brauch ich Lass dein Lagerfeuer aufbauen Ja, gib mir ne Platze Ja komm, komm hier Jetzt, jetzt, jetzt Hat er nachher 5 Verbände? Nee Draußen waren noch Verbände, ach egal Ich glaub noch ein Team liegt, oder? Ein 3er Team kann es sein Ne, nicht 3er Team 2 Teams leben noch Meint sich hier Egal, es sind eh fast 100 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 7 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 24 15 16 15 Einer bei Westen. Der ist jetzt gleich bei 72. Hinter der Wand. Ja genau. Der ist immer noch da. Ja. Das ist in der Baseball ey. Der hier unten ist aber. Mach ich ja auch. Geil. Ich hole ihn mit dem Muni-Gun. Okay. Okay. Damit es klar ist. Ich schieße es. Ich schieße es auf alles. Hey wo ist der Typ? Ich schieße es auf alles. 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 Ich schieße es auf alles.